Javier sagt, am 11.11. öffnet sich ein Tor. Wie ist das gemeint? Dass er wahnhaft ist. Lass uns sagen, er ist nicht wahnhaft. Ich meine, was ist, wenn 11.11 etwas bedeutet? Das ist eine Posse. Und es gibt ganz sicher dafür eine logische Erklärung. Jetzt fängst du wieder an. Du glaubst an einen Mann, der übers Wasser läuft, an eine sprechende Schlange und daran glaubst du nicht? Hör mir eine Minute zu. Was ist, wenn der 11.11. das Tor öffnet? Was ist, wenn dieses Datum eine Zeitangabe ist, durch dieses Tor Dinge hereinzulassen? Joseph, hörst du dir eigentlich selbst zu? Du klingst wie einer aus deinen Büchern. Ich sagte dir, such nicht nach einem Sinn, wo keiner ist. Es ist nur eine Zahl und nicht mehr. Es ist schön, dass du noch schreibst, Junge. Es gibt Dinge, die ich dir hätte sagen sollen. Dein Bruder ist etwas Besonderes. Du musst ihn beschützen, Joseph. Beschützen. Ich habe ihn nicht gesehen. Habe dich nicht gesehen. Seit Jahren. Und jetzt soll ich ihn beschützen. Wovor? Vor Gott. Gott bringt dich auf diese Welt. Der Satan versucht, es zu verhindern.